Ich hab schon ein bisschen geholt, aber irgendwie, ich hab schon in den Ofen getan, in zwei Stück, da ist er schon... Also ich hab 8,5 Stacks jetzt mitgebracht. Da ist was explodiert, was ist da los? Ich find aber auch noch nicht mal Kohle, ey. Da wollte jemand mit dem Zubagott reden. Wahnsinn. Da hab ich doch noch mal neue Fackeln. Wie war denn jetzt hier überhaupt noch mal der Plan bei unserem Shisha-Ding? Wolltet ihr nicht wieder alles abreißen? Nee, genau, graue Wolle züchten. Ah ja, genau. Dafür hast du auch die extra die ganze Zücher geholt. Genau, dafür hab ich erst die Squids hier gesquirtet. Was hab ich denn gemacht? Stimmt, ich hab Diamanten gesucht, damit wir uns Rüstungen bauen können. Wie viel brauchten wir noch mal? Bringst du mir welche mit, Peter? 48. Deswegen hab ich auch so viele Spitze eigentlich, ich war verwirrt. Bringen wir mal 6 mit. Nein, wir brauchen 6 mit. Ich hab auch schon wieder oben auf der Shisha drauf und dachte mir so, hm. Bringen wir mal 6 mit. Hol mir mal ne Flasche Bier. Peter gibt ne Bestellung auf, ja ich nehm auch nochmal 5 und 10 Stacks Cola. Cola? Kohle. Wir haben nur 7 Stacks Kohle. Dann würde ich auch nehmen. Ja, dann gibst du Kamelstorn dafür. Weißt du, ich glaub ich werd jetzt meine Maus... Ich glaub so viel hab ich gar nicht. Hier werde ich jetzt ne Tesa für nen Test machen. Peter, Peter braucht ihr die Kohle? Also Christian ist jetzt erstmal als ne Stunde AFK bisher aufnehmen muss und dann wird er jetzt erstmal farmen oder was? Ne, ich muss hier Maustaste gedrückt halten die ganze Zeit. Sammel grad Steine. Christian, ich sammel für dich mit, dafür gibst du mir Kohle, ne? Äh, ne. Aber wie wert, wenn du in die Tiefe gehst und verkackte Kohle selber holst? Ja und meinst du, was ich hier seit, keine Ahnung wie lange wir aufnehmen, 5 Stunden schon mache? Aber da hab ich befohlen, 6 Kohle. Ja, 30 Minuten, 30 Tage müssen dran. 6 fucking Kohle, ey. Noch nicht so viel, da will ich mir ja Gedanken machen. Aber echt, ey. So, Sepp. Die Öfen sind jetzt grade beschäftigt. Watt, die Kinder sind beschäftigt? Ja, die Öfen. Die Kinder in den Öfen, oder was? Hadi, sprich mal ein bisschen lauter, bitte. Hadi, sprich mal ein bisschen lauter, bitte. Und dann muss ich dich lauter stellen. Weiß ich nicht. Verstehen die anderen mich denn normal? Ja, du bist ganz normal bei mir. Ach, immer dieser Hadi, ey. Immer ne Extrawurst. Fick dich! Was hab ich gekickt? Was hast du gekickt? Du kannst ja nicht kicken. Warum kann ich denn die Lautstärke von dem Pisser nicht einstellen? Klar, Lautstärke anpassen und dann rechts und links und so. Ja, aber das Fenster kommt nicht. Das scheint wohl irgendwo zu sein, aber nicht da, wo ich's anklicken kann. Boah, oder Scheiß, wieso hast du eigentlich noch mal Windows 7 drauf gemacht? Windows 8 ist doch voll für'n Arsch. Alle Probleme, die du hast, werden sofort auf Windows 8 zurückgestuft. Ja, ist es ja wahrscheinlich auch. Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Schrei mal ein bisschen, schrei mal ein bisschen. Windows 8 oder alternativ Sepp, oder? Echt, ja. Moment, heißt das, ich muss grad pausieren, weil Sepp ja am aufnimmt. Ne, Moment. Ja, du musst auf und pausieren. Alles cool, Bram. Alles cool. Ja, ich dachte grad, ich müsste die Uhr nochmal nachsetzen, damit Sepp nicht wieder zu wenig aufnimmt. Ich hab noch nie zu wenig aufgenommen, ja. Also, hier auf Pizza mit dir findest du den Gegenbeweis. Ne, 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 ne. Ich hab da ne schöne Fotoshow von gemacht und dann... Paar Urlaubsfotos von mir reingemacht und dann metert. Paar alte Fotos von Hadi hab ich noch rausgekramt. Da hab ich noch so ein richtig geiles Foto, wo Hadi so eine Latein umarmt. Ja, genau das, genau das hab ich auch genannt. Die umarm ich nicht, ich komm nicht an die gekuschelt, ja? Das ist ja wohl ähnlich. Ich glaub, die hat sich fast zu dir gekuschelt. Ich find das viel geiler, wo er mit dem Getreidefeld kuschelt. Ja, das hab ich auch noch genannt. Das ist noch geiler. Und da geht's geiler Hut an Renesse. Oh ja. Und der deutsche Urlauber, oh ja. Ihr nervt am besten jetzt diese beiden über Facebook so lange, bis sie diese Videos, äh, Bilder veröffentlichen. Nein. Vor allem Hadi, den stört das nämlich am meisten. Okay, Sepp macht das in seine Folge rein. In irgendeiner Folge gibt's einen Frame lang genau dieses. Ja, und ein Pixel groß. Was meinst du, wie schnell er dann auf den Facebookseiten ist? Ein Pixel groß ist ja egal. Du kannst ja nix erkennen. Ja, deinen Hut erkennt man überall, Peter. Echt, ja. Ted hatte auch so nen Hut, mein ich. Ja. Ja. Aber Ted sah nicht aus wie der typische deutsche Urlauber. Hehehe. Golter Wichhammer. Geis. Ah, Mann, ey. Kopf. Also wir brauchen noch 5 Diamantos und wir sind, äh, die Bling Bling Family hier. Mach mal geil. Oh Scheiß. Nice. Und versuch mir noch ein paar weiße Schafe zu snacken. Naja, mach einfach. Und man mehr Grundlager hat, um die zu vermehren. Aber irgendwie... Geh mit keinen in der Nähe. Wow, ich hab mal Kohle gefunden. Krass, ne halbe Stimme. Mittlerweile haben wir die auch alle weg. Das fand ich so geil. Alter, was hab ich so froh. Wieso willst du denn so viel Kohle haben? Musst dir so viel brennen, oder was? Oh ja. Ja, die ganze Lehmkacke und Eisen und keine Ahnung was alles. Alter, das ist kacke. Hier am Schiff, da lecken die Eier. Übrigens, Sepp, bei mir ist immer noch kein Regen angekommen. Das kann doch nicht sein. So weit holen wir doch jetzt auch nicht auseinander. Ja, Peter, das sind die 2 Kilometer Luftlinie. Ja, what the fuck. Das ist einfach zu weit, Peter. Wir sind derzeit kurz bis nach Hamburg gezogen. Echt, ey? Also hier regnet's auch nicht. Ja, das sind die 4 Kilometer Luftlinie, oder was? Ich wohne einfach in so einem Wetterloch, wo hier ständig regnet und alle. Ja. Wir wohnen in London von Köln. Frankreich hat das auch gerechnet, oder was? Eher in Little Istanbul. Hier müsste eigentlich immer die Sonne scheinen. Scheiße. Ja, echt wahr. Oh mein Gott. Ich muss sagen, Peter, von innen kann er schon einiges, das Ding. Von innen haben wir doch noch gar nichts dran gemacht. Ganz schön grün, ne? Ja, aber das sieht irgendwie geil aus. Wie so eine... ...Hitrale irgendwie so ein bisschen, nur halt aus Gras. Ja. Aus Gras. Aber... Es soll doch Glas darstellen, quasi. Er hat schon gesagt, aus Grrrrlas. ... 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 Das war schmerzhaft, ich bin in Lava gefallen. Richtig reingefallen. Richtig reingefallen, aber nicht verweckt. Ja, es wird wieder rausgekommen. Oh der Scheiß. So ein spannendes Grinden habe ich ja auch noch nie gemacht. Anscheinend grindest du gerade. Ich grabe gerade. Okay, ich grabe gerade. Ich tarnes gerade als Grinden. Achso, der hat wahrscheinlich wieder ganz schön fiese Pläne. Nein, 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 nein. Ihr greift sich gerade zu euch durch und legt dann gleich Feuer in eurem Wollhaufen nach. Quasi, ja. Das wäre echt bitter. Woher weißt du das? Nein, der hat ganz schön bitter. Das ist mir ja vorhin gesagt. Das wäre Krieg. Hatten wir ja schon lange nicht mehr, ne? Ja, das stimmt. Wow! Ich hab wieder Lava gefangen. Ach, Jay? Ja bitte. Dein Bruder war sehr, sehr großzügig. Mein Bruder war sehr, aha. Er hat sich aber in der Spielstelle an die letzte Nacht gegeben. Er hat wieder richtig was springen gegessen. Wieso lässt er denn immer was springen? Ja. Was hat er denn springen lassen? Äh, 250.000. So sieht's aus. Wow, 250.000. Wenn Sepp den Arsch inhält, ey. Kann ich aber krass, John. Ihr hat 10 Millionen gekriegt. Na, ist mir doch egal. Mir reichen zum 150. So darfst du das nicht sehen. Du musst halt immer im Vergleich mit den anderen sehen. Du darfst nie zufrieden sein, bist du mehr. Echt? Du musst halt sehen. Du musst dir den Hardy Style aneignen. Das ist ganz wichtig. Ach, den Hardy Style. Opa, den Hardy Style. Echt, ey. Wo? Wo? Toll. Mission failed. Ach, Hardy, ich hätte auch noch genug Holz passiert. Ja, unser Smooth Sandstone wird so langsam wieder knapp. Wir haben noch ein bisschen. So ist jetzt schon wieder nacht. Geil. Geil! Guck dir gar nicht. Geil, liegt Erfahrung einfach so draußen um. Fäul gut. Haben wir nicht hier in der Kiste noch total viel? Soll noch mal. Hier ist doch noch ein Stack, Hardy. Ja, ein Stack! Uh, ja, ein Stack? Ja dann geh mal sammeln.